Ich kann mal sagen, wenn der Schnee gut ist, dann ist es schon reserviert, oder wenn du eigentlich ziemlich bist. Bist du schon dran? Ja. Mit meinem Text? Mit deinem Text. Und dann ist ein Seil, wann ist er loswerden? Ja, das wird wahrscheinlich nicht gleich noch am Gucken. Bis zum nächsten Mal.